Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich will Ihnen nur sagen, dass, wenn Sie mich nicht endlich in Frieden lassen, ich sehr, sehr wütend werde Wirklich? Und was dann? Wollen Sie mich schlagen? Sie sind ein Greis, guter Mann Greis, meinen Sie, ja? Sie, mein Freund, sind so groß wie ein Gartenzwerg Sind Sie fertig? Denn meine Kinder warten auf mich Sind Sie Rabi Kata? Ja, das bin ich Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, wenn Sie nicht aufhören, diese Schilder in der ganzen Stadt aufzustellen, werde ich sauer Ach ja? Was wollen Sie tun? Mich schlagen? Sie sind 100 Jahre alt Und Sie, mein Freund, sind nur einen Meter groß Herr Rosenberg, kommen Sie zum Schabbat Schabbat? Das hier Dad Ich hoffe, das seltsame Abenteuer, das du gerade erlebst, bringt dir Glück Schweine züchten in Israel? Kannst du nicht Golf spielen wie jeder andere? Du hast mich rausgeschmissen, den Kontakt zu unserer Tochter abgebrochen und ignorierst unseren Sohn für deine lächerliche Schweinefamilie Oh mein Gott Du steckst wirklich in der Krise, oder? Verfolgen Sie mich? Nein Haben Sie ein Date? Ich besuche das Grab meiner Mutter Tut mir leid Ich schreibe dir weiterhin, trotz deines Schweigens Bist du immer noch wütend über mein freimütiges Geständnis? Wie viel Zeit habe ich noch? Ein Jahr, Monique Kinder sehen ihre Eltern nicht alt werden Du wirst für deine Mutter sorgen, ja? Ein Hausschweig? Ein Rabbi-Freund? Die machen dich glücklich? Und das Lungeness won't leave me alone Will I guess I have to cry Muss man sich Freundschaft gestehen Wie man das bei der Liebe tun würde? Ich glaube schon, Harry Aber mit Schweigen I got you wandering way alone We might have to cry Boo-hoo-oh-oh laps Untertitelung des ZDF, 2020